Kommen wir nun zu den Request Methods. HTTP nach RFC 2616, das ist schon öfter so mal genannt worden, unterscheidet neun Zugriffsmethoden, wovon, sagen wir, sechs gebräuchlich sind. Am gebräuchlichsten ist GET. Und es werden Webseiten mit ihren Inhalten angefordert. Die Seiten sind unverändert und das Web ist ein riesiger Cache in Form der Speicherkapazität, der Web-Server, der Gateways, der Browser-Caches und dergleichen mehr. Solange Sie nur GETten, solange Sie nur holen, ist das Web höchst performant. HEAD hat die Funktionalität von GET, allerdings kriegen Sie keine Daten zurück. Das heißt, Sie wollen kurz und bündig anfragen, gibt es diese Ressource auf deinem Server? Wenn ja, erzählen wir was darüber, aber gibt mir die Ressource, also die Repräsentation dieser Ressource nicht. OPTIONS erlaubt eine Anfrage hinsichtlich der Fähigkeiten des Servers, beziehungsweise so wie er konfiguriert ist, welche dieser neun HTTP-Request-Methods unterstützt der Server aktuell. Und dann kann ich entsprechend reagieren. POST schickt Daten als Nutzdaten an den Server, allerdings nicht, wie es mit GET passieren würde. Wenn Sie ein Formular mit GET an den Server schicken, werden alle Formulardaten als GET-Parameter in der Adresszeile sichtbar sein. POST versucht, das zu verstecken. Das ist nicht sicher. Sie werden Möglichkeiten kennenlernen, wie Sie die Nutzdaten mit entsprechenden Werkzeugen kleintseitig manipulieren können. Allerdings ist es schon mal eine erste Stufe an Sicherheit, wenn man nicht gerade sein Passwort in der URL-Adressleiste mitliest. PUT ist der Versuch, eine spezifizierte Ressource auf dem Server zu speichern. DELETE selbstredend, damit will ich die Ressource, die ich angebe, auf dem Server löschen. TRACE spiegelt den Request als solchen zurück. CONNECT, ja, das geht eher die Administratoren in dieser Welt an, konvertiert den Response in einen TCP-IP-Tunnel, zum Beispiel, um diesen zu kryptisieren. PATCH dürfte so gut wie nicht mehr vertreten sein. PATCH kennt man aus Versionsverwaltungssystemen, in der Softwareentwicklung. Nein, man wird eine Ressource nicht direkt auf dem Server auf diese Art und Weise patchen. Was sollte ein Server heutzutage unterstützen? GET, GET, GET. Sonst wäre es nicht das Web. Und hinsichtlich eines Architekturmodells, was wir im zweiten Teil von Web Engineering kennenlernen werden, REST, Representational State Transfer, sind auch Head, Options, PUT, DELETE und natürlich POST von Interesse. Jede Anfrage an einen Server wird mit einem Statuscode der Anfrage beantwortet. Nach RFC 26.16 haben wir fünf Kategorien mit den Zahlen oder mit den Nummernkreisen 100, 200, 300, 400, 500. Die 100er sind hier gar nicht aufgeführt, sind reine Informationen. Und das ist auch nicht vollständig, was Sie hier sehen, sondern eigentlich aus Erfahrung die Statuscodes, die häufig anzutreffen sind. Sie sehen hier in der blauen Sprechblase, hier, Ihren Auftrag, Diskussionsauftrag. Das ist ein Experiment, ein didaktisches Experiment. Jeder soll recherchieren, welcher nächster Statuscode in aufsteigender Reihenfolge denn jetzt genannt werden sollte. Und die eigentliche Leistung steckt dann auch darin, dass Sie die originäre englische Definition kurz und knapp in eine deutsche bringen. Mal schauen, ob wir da einen interessanten Thread mit aufspannen. Gut, wir merken uns nur die Kategorien. Im 200er Bereich ist alles in Ordnung. In der Regel haben wir einen 200er Status. Okay. Das andere ist, wie gesagt, in der Restarchitektur von Interesse. Wir haben in der 300er Kategorie Weiterleitungen. Das kann ja nötig sein, wenn ein Server wartungstechnisch aus dem Betrieb genommen wird. Dann wird man Ihnen also die Seite temporär vorübergehend woanders hinterlegen. Das kann man mit einer 302-Meldung quittieren. Bei einer 301-Meldung, Moved Permanently, sollte man seine Bookmarks, seine Favorites, daraufhin abstellen und dann ja die permanente Zieladresse eingeben. 304 ist von Interesse. Wenn die Anfrage des Clients hieß, also hat sich was geändert seit, dann musst du mir überhaupt nicht die Nutzdaten liefern. Die habe ich ja. Ansonsten schickst du sie mir. Die Fehlercodes sollten natürlich ausgewertet werden. Und wenn der Client-Fehler begeht, sind wir im 400er-Nummern-Kreis. A Bad Request beispielsweise. Syntaktisch falsch. Das sollte nicht passieren. Unauthorized. Könnte ein böser Bube sein, der die Authentifizierung von HTTP umgehen möchte. Verbidden, gleicher Fall, aber direkt auf eine Ressource gelegt. Also hier sollen Ressourcen abgefragt werden, wozu überhaupt keine Berechtigung vorliegt. Und das ominöse 404, not found. Diese Ressource, deren Repräsentation angefordert wurde, ist nicht da. Ja, der Server begeht natürlich auch Fehler. Weit verbreitet die 500er, weil sie ist, also dieser Fehler ist unspezifiziert. Und bei Aversi.org haben sie da ja auch schon in letzter Zeit einige dieser Rückmeldungen im Klartext auf der Webseite gesehen. Jo, der Rest ist eher wenig üblich, beziehungsweise wird so nicht wahrgenommen.